Am 21.11.2016 wurde eine Freundin und Komplizin von uns festgelungen. Tufisch, die vor einer Polizeiwache erst von Zivis und einem Beamten auf ihre Personalien angesprochen wurde, sitzt nun in der JVA Hannover, nachdem sie erst nach Bielefeld-Fragmede gebracht wurde. Nun soll sie weiter nach Berlin-Lichtenberg verschleppt werden, wo sie am Dienstag ankommen soll. Überraschung! Auch Tufisch ist im Zusammenhang mit den Protesten am 9.7. in Solidarität mit der Liga 94 beschuldigt. Nach Aaron und Balou also die dritte Person, die wegen der Auseinandersetzung an diesem Tag in Untersuchungsamt wandert. Die Regierungen, Staatsanwältin Sandri Herzog und andere Vorreiterinnen der stadtpolitischen Machtapparat scheinen verzweifelt, um sich zu schlagen. Unsere Solidarität ist jetzt gefragt. Die Institutionen und ihre Handlangerinnen haben uns wieder eine Freundin genommen. Dies wollen wir mit einer Eskalation beantworten. Jede Aktion bringt Mut. All unsere verschiedenen Widerstandsformen können etwas zur Auseinandersetzung beitragen. Wir sollten gleichberechtigt nebeneinander stehen und sich aufeinander beziehen. Direkte Aktionen, Transbis, Graffitis oder auch Demos. Solange Menschen im Gefängnis sind und unser Lebenstraum und unsere Viertel permanent von den uniformierten Verbrecherinnen angegriffen werden, wird es mit uns keinen Frieden geben. Seid euch solidärisch und verliert die Beherrschung. Denn es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Achtet auf Ankündigungen und neue Infos. Tufisch, unsere Herzen sind bei dir. Solidarität und Freiheit für Tufisch. Freiheit für alle Gefangenen. Unsere Solidarität gegen ihre Repression. Infos gibt es unter free-tunfisch-blackblogs.org. Das war ein Redebeitrag der Soli-Gruppe Aro und Ballot und Tufisch. Musik 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 Vielen Dank.